Jo, hallo liebe Freunde, bei meinem 3000 Abonnenten Special, wir haben es geschafft, wir zusammen nämlich. Ich habe hier so eine Kleinigkeit vorbereitet, bevor das Gewinnspiel angekündigt wird. Das ist so ein kleiner Rückblick, bevor das immer wieder hin und her geht, also ich muss immer nach hinten drücken. Ich bin jetzt drei Jahre auf YouTube, das heißt pro Jahr, jetzt sogar pro halbes Jahr schaffe ich die 1000 Abonnenten und jetzt bin ich eben bei diesen 3000 Abonnenten und was wäre mein Kanal ohne meine Abonnenten, ohne meine Zuseher, die regelmäßig kommentieren, liken, sogar meine Videos teilen, mir auf Facebook schreiben, mir ab und zu was zusenden und so weiter. Ihr seid einfach der unglaubliche Hammer, ja, ich kann es immer wieder betonen, mein Kanal wäre ohne Zuseher einfach Null wert, ich hätte keine Motivation, durch euch habe ich aber diese Motivation. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen so das Kanaldesign durch, das ich so über die Jahre hatte. Hier sieht man schon mal, also das was immer weg geht, mein erstes Kanaldesign mit Fallout, das ich nie Let's Played habe, Dead Space, das ich nie Let's Played habe, Oblivion, das ich nie Let's Played habe, Splinter Cell, das ich Let's Played habe, Hitman und nochmal Metro. Damals habe ich einfach gedacht, boah, coole Typen, die müssen ins Kanaldesign. Und früher war ja das Kanaldesign links, rechts, ich fand das gar nicht so schlecht damals. Das war damals mein erster Avatar, Sam Fisher, ganz ganz billig gemacht, aber mir hat es gefallen. Damals war auch noch mein Motto, der Let's Player mit Nachtsichtgerät. Hier mein, äh, gehen wir mal zu dem da, das ist ja mein All-Time-Favorite-YouTube-Design, also das gefällt mir richtig gut. Da unten sind so feine Spiegelungen, das ist einfach nüchtern, das ist klein, das ist, das ist so edel, finde ich, ne. Also das gefällt mir so verdammt gut. Ich hätte gern wieder sowas in der Art, also vielleicht lasse ich mir auch in dieser Art wieder was machen. Ich finde das nur Hammer, Hammer, Hammer geil. Und das war dann mein letztes Design, wo ich dann YouTube-Partner auch war. Da wollte, habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, aber war nicht schlecht mit diesen Farben, mit diesen Vermischungen und so weiter. So, insgesamt gesehen, ich schaue immer, dass mein YouTube-Design richtig gut aussieht, eher edel aussieht. Und das wird auch mein zukünftiges, da wird sicher nochmal ein neues kommen, das in dieser Form, wie ihr es jetzt seht, kommen wird. Und auf jeden Fall, so, raus hier, raus, 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 habe ich gesagt, bämms. So, wir haben ja Gewinnspielzeit. Oh, das ist auch so richtig billig gemacht eigentlich. Ihr könnt ihn gewinnen, meine Freunde. The Witcher 3, warum auch, ja, The Witcher 3, jetzt kommt halt da das Ding ins Tuch, aber das will ich gar nicht. Warum kommt das durch, das will ich nicht. Das ist, das ist unfair, das wird wieder so professionell gemacht von mir. Es gibt zu gewinnen. The Witcher 3, Star Wars Battlefront 3, Garry's Mod und Anno 2070. Ich habe schon ein paar Mal in FIFA angekündigt, für alle, die nicht FIFA schauen, dass es, dass es drei Spiele einfach so zum Gewinnen gibt. Und bei einem Spiel gibt es eine kleine Bedingung, wo ich nicht weiß, ob ich gelünscht wäre und getötet und erhängt und erschossen, erdrosselt, erdrängt, geköpft, gevierteilt, an den Hexenstuhl gebunden und in einen Fluss geworfen werde. Ja, ähm, denn, 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 ich traue es mir fast nicht sagen, ne. Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. The Witcher 3, Anno 2070 und Garry's Mod könnt ihr so gewinnen. Ihr schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses YouTube-Video aus. Fertig, der Rest wird ausgelost. Der erste Preis ist natürlich The Witcher 3, der zweite Preis ist dann Anno 2070 und der dritte Preis ist Garry's Mod. Dazu müsst ihr wirklich kein Abonnent sein. Ihr müsst das Video nicht liken, ihr müsst das Video nicht teilen. Ihr müsst nur einen Kommentar hinschreiben, damit ich weiß, hey, der gehört zur Verlosung. Schreibt bitte, 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 euren, ne, ihr müsst gar nichts hinschreiben. Schreibt einfach einen Kommentar, fertig, aus. Das Gewinnspiel, die Verlosung ist dann am, das ist halt ein bisschen blöd, aber ist am 25.05.2015, das heißt, in 10 Tagen, ne, machen wir nicht 10 Tage, wir machen in 7 Tagen. Am 22.05.2015 ist die Verlosung, die wird durch einen Zufallsgenerator geschehen und, ja, das wird dann natürlich aufgenommen, damit ihr alle seht, ja, der macht das alles auf legalem Weg. Also, The Witcher 3, Anno 2070 und Garry's Mod kommentieren, fertig, aus. Ich finde, für so einen AAA-Titel, auf den die ganze Welt schon ewig wartet, nämlich auf The Witcher 3, ist das einfach tatenlos, oder? Bei einem 3000-Abonnenten-Special, bei einem Kanal, den keiner kennt, einfach mal The Witcher 3 ohne Abonnieren und so weiter verlosen, super. Genauso mit Anno 2070, das ich wunderbar finde. Und Garry's Mod ist sowieso einfach der Klassiker. Schlechthin. So, wir kommen zu Star Wars Battlefront 3. Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen und die sagen, ja, das ist so in Ordnung, warum nicht partieren, warum machst du das nicht einfach so? Da wird es, natürlich wird es verlost, aber es gibt ein Ticketsystem bei diesem Gewinnspiel von Star Wars Battlefront 3. Ihr wisst, ich habe einen Donation-Tracker. Ihr kommt auf diesen Donation-Tracker, indem ihr hier rechts oben, da bei Spenden für PartianLP, rauf geht. Jetzt ist es so, Ticketsystem heißt, jeder kann sich ein Ticket besorgen, bzw. ein Los. Ein Los kostet 50 Cent. Ja, jetzt könnt ihr mir 50 Cent, nehmen wir mal an, mein Username ist PartianLP. Dann schreibe ich hier 0,15, warum schreibt er nicht 0,15, warum, hey, achso, weil ich den Ziffernblock draußen habe. So, und dann könnt ihr hier hinschreiben, oder ihr müsst da hinschreiben, bitte eure E-Mail-Adresse und YouTube-Namen. Ein Ticket kostet 50 Cent, ist eine Spende, die eigentlich wieder zu euch zurückkommt, die wieder für Giveaways ausgegeben wird. Also, es kommt alles zurück, wie in der Wirtschaft. Wenn ihr jetzt 1 Euro spendet, aber, dann sind das 2 Tickets, meine Freunde. Wenn ihr 2 Euro spendet, sind das 4 Tickets. Das heißt, ihr erhöht automatisch eure Chance, Star Wars Battlefront 3 zu gewinnen, mit einem minimalen Aufwand, das wieder zu euch zurückkommt, weil das wieder für Giveaways ausgegeben wird. Der Hintergrund, warum ich das mache, ist, dass ich schon so viel Schweinegeld ausgegeben habe, dass ich das wieder ein bisschen ausgleichen will. Ist natürlich egoistisch, aber es kommt auch wieder zurück. Also, es ist irgendwie nicht egoistisch. Ihr könnt, ja, wenn ihr das macht, dann nehmt ihr eben an der Star Wars Battlefront 3 Verlosung teil. Also, schreibt euren Usernamen rein, schreibt den Betrag rein, 50 Cent. 1 Euro, 1,50 Euro, 2 Euro, 300 Euro. Also, bei 300 Euro ist die Chance schon sehr, sehr hoch. Auch bei 10 Euro, da habt ihr schon 20 Tickets. Also, das ist ein Wahnsinn. Und dann bitte hier unten den YouTube-Namen und eure E-Mail-Adresse, weil ich muss dann das Spiel bestellen, die Rechnung schicke ich dann an. Also, ich zahle es natürlich, also keine Sorge. Aber damit der Key zu euch kommt, brauche ich eure E-Mail-Adresse, weil ich den Key direkt vom Online-Handel zu euch schicken lasse. Und dann habt ihr zu Release von Star Wars Battlefront 3 um 0 Uhr sofort den Key zum Zocken, beziehungsweise schon vorher vielleicht zum Downloaden. 7 Tage Zeit für The Witcher 3, Anno 2070 und Gary Smott. Keine Bedingungen, einfach kommentieren bei Star Wars Battlefront 3. Das Ticket-Los-System, wie es bei jedem Schülerball ganz normal ist. Ich sag, wir sehen uns dann bei der Verlosung beim nächsten Projekt eventuell auf Facebook, Twitter oder im Real Life bei der Camps.com in Köln wieder. Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis bald, euer Patian LP. Tschü Leute.